Heute stehen wir in einem Seminarraum der Universität des Saarlandes. Und heute geht es um etwas ganz besonderes, um ein Volksbegehren zur Wiedereinführung des G9 im Saarland. Und hier ist jemand, der uns da mehr dazu erzählen kann. Hallo und sich bitte kurz vorstellen. Hallo, mein Name ist Katja Oltmanns. Ich bin die Initiatorin der G9 Jetzt Elterninitiative im Saarland. Und wir haben heute mal ein paar Studenten befragt, die sowohl G8 als auch G9 gemacht haben, was sie zu dem Thema für eine Meinung haben. Das ist die Frage natürlich, warum ist G8 nicht so gut wie G9? Warum soll man das G9 wieder einführen? Also ich glaube, dass es einfach mehr Zeit für die Kinder bedeutet, mehr Zeit zum Leben und Lernen und dass man dadurch auch eventuell eine Qualitätsverbesserung nochmal am Gymnasium erzielen kann. Deswegen möchten wir, dass es wieder auf neun Jahre ausgedehnt wird. Genau, Sie haben dazu auch einen Flyer produziert, den haben Sie gerade in der Hand. Was genau steht denn da drin? Also in dem Flyer sind nochmal die Zeiten angegeben, von wann bis wann das Volksbegehren läuft. Das hat schon angefangen, endet am 3. Januar 2018. Und die Leute, die das unterstützen möchten, also unseren Gesetzentwurf, die müssen dazu auf das Bürgeramt gehen, in der Gemeinde, in der Sie im Saarland gemeldet sind. Und dort liegen Unterstützungsbögen aus, die man unterschreiben kann. In diesem Flyer steht also nochmal genau unsere Begründung drin, warum wir das wollen. Und es ist auch noch ein Link zu unserer Internetseite. Und auf Facebook gibt es uns auch. Das heißt, wenn man da dann noch Fragen hat, wie das alles funktioniert oder was genau ihr euch wollt, dann kann man euch auch mal da kontaktieren und mal nachfragen. Genau, auf unserer Internetseite www.g9.jetzt.saarland sind alle Informationen veröffentlicht. Dort kann man uns kontaktieren. Und da stehen auch alle Öffnungszeiten der saarländischen Gemeinden drin. Genau, und jetzt nochmal zum Unterschreiben. Man muss aufs Bürgeramt und kann sich da dann eintragen. Genau. Man muss wahlberechtigt sein, also 18 Jahre und im Saarland gemeldet sein und dann kann man das Volksbegehren unterstützen. Nochmal, bis wann hat man Zeit? Ich muss gerade nochmal in die Kamera halten. Bis zum 3. Januar 2018 auf Ihrem Bürgeramt. So, dann würde ich sagen, wir hören uns mal ein paar Stimmen von den Studenten an. Also ich selber habe G8 gemacht und habe mich sehr häufig überfordert gefühlt. Gerade wenn ich Fragen hatte, hatte ich das Gefühl, dass nicht richtig darauf eingegangen werden konnte, weil die Zeit einfach zu knapp war. Ich persönlich wusste nach den zwölf Jahren Schule noch gar nicht, wo ich hin möchte. Also ich habe selbst G8 gemacht und für mich war es immer so, dass ich das Eindruck hatte, es wurde eben nur die Jahre gekürzt, aber nicht der Stoff. Was ich zu G9 zu sagen habe, ist, dass ich auf eine Schule gegangen bin, die von G9 auf G8 umgestellt hat in Nordrhein-Westfalen und jetzt dorthin wieder zurückgekehrt ist. Ich hatte tatsächlich noch G9 und war die letzten drei Jahre im Doppeljahrgang, also mit den G8 Leuten gemischt und da hat man schon viele Differenzen gemerkt. Ich war selbst im vorletzten Jahrgang des G9-Systems in Saarbrücken am Wirtschaftsgymnasium und muss auch sagen, dass der Stoff dort, da er vielleicht auch schon sehr wirtschaftslastig war, relativ stark komprimiert war und ich spreche mich deshalb auch für G9 aus. Ja, ich war selber an einem Gymnasium, wo es noch G9 gab und ich fand das System eigentlich sehr gut, weil gerade wenn man so den Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium macht, denke ich, ist es schon eine ziemlich große Umstellung. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit, mich auf meine Hobbys zu konzentrieren, auch auf Ehrenamt oder irgendwelche außerschulischen Sachen, die wichtig sind, finde ich, in dem Alter und deswegen bin ich auch für G9. Wenn ich mir nur vorstelle, dass es noch komprimierter wird in den G8-Systemen, dann hat man wirklich überhaupt keine Zeit mehr, um sich noch als Mensch zu entfalten, von daher auch pro G9. Mir wurde auch oft gesagt, dass es meinen Freundinnen Englisch aufgefallen ist, dass wir mehr Sprachpraxis hatten. Ich habe an meiner Schule G9 gemacht in Rheinland-Pfalz, ich habe mich weder unterfordert noch gelangweilt gefühlt und ich finde, ich hatte noch genug Zeit, eben Kind zu sein, was man in der Schule eben auch ist und meine Hobbys ausleben zu dürfen und mich anderweitig auch weiterentwickeln zu können, deswegen bin ich pro G9. Bei G8 fällt ja auch, das Ja fällt ja nicht weg, also es wird ja dann, der Stoff wird so komprimiert, die Leute, die Schüler haben noch mehr, was sie bewältigen müssen und deshalb denke ich, ist das mit G9 schon ganz gut gelöst. Ja, das Abi ist natürlich ein Reifezeugnis und ob man mit 17 oder 18 schon tatsächlich die Reife hat, um zu entscheiden, was denn nun nach dem Abi passieren soll, ist natürlich fraglich und deshalb wäre G9 besser, meiner Meinung nach. Wer weiß mit 17 oder 18 schon, was er für den Rest seines Lebens machen will, deshalb denke ich, das ist schon recht sinnvoll, dass das noch ein Jahr länger geht. Ich denke, wenn ich einfach noch ein Jahr Schule gehabt hätte, hätte ich mich persönlich weiterentwickelt und hätte vielleicht schon wieder gewusst, was ich mehr machen möchte und hätte einfach das Ganze entspannter angehen können und mehr Zeit gehabt. Generell hatte ich den Eindruck, dass viele sich mehr Stress mit der Schule gemacht haben, wenn sie im G8-Jahrgang waren, als die, die im G9-Jahrgang waren. Ich habe G9 gemacht. Ich fand es großartig. Ich war ein Jahr im Ausland, konnte das hauptsächlich machen, eben weil wir diese lange Schulzeit hatten. Mein Bruder hat G8 gemacht, hat meiner Meinung nach darunter sehr gelitten, einfach weil er sehr lange in der Schule war, hat sehr viel Stoff in sehr kurzer Zeit machen müssen. Und genau, also ich bin ein Verfechter von G9. Mondruhe und aktuell von Griechen Einladungen im Burden. Und hauptsächlich.